Ich hatte es ja vor kurzem erst erwähnt. Es sieht so aus, als ob wir tatsächlich einen neuen Vierbeinigen für unsere Familie gefunden haben. Ich nehme dieses Thema einmal oder ich nehme dieses neue Familienmitglied einmal als Grundlage dafür, mal ein vollkommen channelthemenfremdes Thema aufzugreifen. Wie gesagt, ich hatte ja erwähnt, dass wir uns jetzt dazu entschieden haben, einem Hund wieder ein Zuhause zu geben. Da bei uns ein paar Grundvoraussetzungen vorhanden sein müssen, dass wir das überhaupt tun können, um auch irgendwie dem Hund halbwegs gerecht werden zu können, haben wir uns dazu entschieden, die Tierheime hier in unserer weiteren Umgebung zu kontaktieren, dort auf den Webseiten mal nachzuschauen, was für Hunde haben sie denn etc. Wir haben zwei Hunde entdeckt, wovon einer, was ich sehr, sehr schade finde, aber es ging einfach nicht anders, direkt schon wieder rausgefallen ist, nachdem wir ihn kennengelernt haben. Und zwar ein, jetzt haltet euch bitte absolut fest, ein Golden Retriever Australian Shepherd Mix. Oder wie meine Frau sagt, eine hyperaktive Fressmaschine. Problematisch bei diesem Hund ist, er ist gelistet, was natürlich Rasse untypisch ist. Er weilt jetzt schon seit einigen Monaten im Tierheim des Hochtaunuskreises in Oberursel. Er ist ein bildhübscher, zuckersüßer Hund. Er ist echt bildhübsch, ist aber aufgrund eines gemeldeten Beißvorfalls gelistet. Damit steigen natürlich die Anforderungen an den Hundehalter. Darauf möchte ich aber jetzt nicht zwingend eingehen, das ist nicht mein Thema. Eine Anforderung war es aber gewesen, und zwar die kam aber nicht behördlich, sondern diese kam vom Tierheim, denn ohne eine Erfüllung dieser Anforderungen würden sie diesen Hund nicht vermitteln. Und zwar muss das Grundstück natürlich eingefriedet sein, das sollte immer der Fall sein, wenn man einen Hund hat. Aber die Anforderung war, der Zaun muss mindestens zwei Meter hoch sein mit einem Übersteigschutz. Und das ist etwas, das können wir hier aufgrund unserer Grundstückskonstellation schlicht und ergreifend nicht bewerkstelligen. Das würde sehr, sehr viel Ärger und Stress mit den Nachbarn geben, weil wir halt nicht unbedingt jetzt an der Feldrandlage oder Waldrandlage sind, sondern schon mitten im Ortskern. Und da möchte man vielleicht nicht unbedingt auf einen zwei Meter hohen, quasi mit NATO-Stacheldraht versehenen Zaun gucken. Also habe ich dem Tierheim schweren Herzens gesagt, das wird nichts mit diesem Hund, aufgrund dessen die anderen Anforderungen wären kein Problem gewesen. Wir haben weitergesucht und sind dann neu fündig geworden in Bad Zonen. Tierheim, Bad Zonen, Sulzbach und Umgebung. Und zwar Mischlingsrüde Ralfi. Ralfi ist ein zuckersüßer, bildhübscher Kerl. Nicht kastriert, gechippt und so weiter. Zwei Jahre ist er und hat eigentlich in diesen zwei Jahren schon kein tolles Leben gehabt. Mit ungefähr sechs Monaten ist er nach Deutschland gekommen, aus Rumänien. Er ist wie gesagt ein Mischling. Wir vermuten, dort steckt irgendwo ein Herdenhütehund mit drin. Wurde wohl mit seinen Geschwistern auf einer Müllhalde in Rumänien aufgefunden und dann nach dem Aufpäppeln an ein junges deutsches Pärchen vermittelt. Hier haben sich aber dann die ersten Probleme gezeigt, nämlich Nummer eins, Ralfi ist ein Frauenhund. Er mag Frauen, Männer nicht so super gerne. Aber ist nicht auszuschließen, dass er sie mag, wie wir im Tierheim erfahren haben und auch gesehen haben. Er hat dann sechs Monate bei diesem Pärchen gelebt, hat dann sukzessive eine leichte Abneigung gegen das Männchen entwickelt, also gegen den Partner. Ja, und auch die Eltern der Halterin waren gegen diesen Hund. Die sind mit ihm auch nicht klargekommen und so haben sie einen schweren Herzens im Tierheim vor roundabout einem Jahr abgegeben. So, und jetzt gehen wir mal auf das Eingemachte. Also, wir waren jetzt seit dem 16. glaube ich, 16. Dezember, 19. Dezember, irgendwas in dieser Richtung, ich habe nicht mehr so 100% im Kopf, nahezu jeden Tag im Tierheim Bad Sohden, haben also die Fahrt von roundabout 45 Kilometer eine Strecke auf uns genommen, nahezu jeden Tag und haben Ralfi besucht, um eine Bindung aufzunehmen. Er ist sehr schüchtern und unsicher Fremden gegenüber und das dauert halt jetzt einfach seine Zeit. Das sind für uns bewusst. Wir gehen jeden Tag, wie wir können, mit ihm Gassi, wir setzen uns vor den Zwinger, im Innenzwinger, füttern ihn ein bisschen mit Wurst, bringt meine Frau immer mit, und versuchen ihn so an uns zu gewöhnen. Die Aussage der Tierheimleitung war gewesen, er findet Menschen halt blöd. Uns findet er anscheinend weniger blöd. Und das ist unser Vorteil bei Ralfi. Ich werde euch auf jeden Fall immer wieder über Ralfi berichten. Er ist, wie gesagt, ein zuckersüßes Kerlchen, ein bildhübscher Mischling, der eine zweite und sogar dritte Chance absolut verdient hat. Schwierig, und das ist mein eigentliches Thema, ist dieses Thema Auslandstierschutz. Ich liebe Hunde. Seitdem wir unseren Jerry hatten, liebe ich Hunde. Und jeder Hund hat ein Recht zu leben. Aber wenn ich sehe, dass aus dem Auslandstierschutz, und das muss nicht so sein, das war jetzt hier im Fall von Ralfi und vielen anderen in den Tierheimen abgegebener Hunde der Fall, können diese Tiere eine Macke haben. Ralfi hat eine Macke, nämlich er ist sehr, sehr unsicher Fremden gegenüber. Er ist abrufbar, er ist steuerbar, aber er hat nun mal eine Macke und er muss aktuell noch mit Maulkorb draußen spazieren gehen. Jedenfalls bei Fremden, also bei uns. Wir nähern uns vielleicht, dass wir vielleicht mal ohne gehen können. Aber er geht ohne Ankündigung, ohne irgendetwas vorher anzuzeigen, geht er hoch und versucht zu schnappen, auch bei uns. Diesem sind wir uns bewusst und wir geben diesem Hund tatsächlich eine Chance und alle Zeit, sich an uns zu gewöhnen. Ich möchte aber auch, wie gesagt, dieses Thema Auslandstierschutz. Überlegt euch das bitte gut. Unsere Tierheime sind bereits brechend voll. Diese Tierheimromantik, die man sehr, sehr gerne im Fernsehen sieht, da geht man in ein Tierheim rein und der Hund, der sitzt schon freudestrahlend, schwanzwedelnd dort und wartet nur darauf, von einem Pärchen mitgenommen zu werden. Ja, das wollen die Tiere, diese Hunde. Aber ihr müsst euch im Klaren sein, diese Tiere, die freundlich sind, die sozialisiert sind, die sind schnell weg. Viele, viele dieser Hunde haben leider Macken. Denn es muss einen Grund geben, warum sie nachträglich im Tierheim landen. Und viele dieser Hunde kommen nun mal aus dem Auslandstierschutz. Die Wahrscheinlichkeit, einen Hund in einem Tierheim vorzufinden, der aufgrund von Krankheit, Todesfall oder Ähnliches von seinem Halter oder von den Angehörigen des Halters im Tierheim abgegeben wurde, ist eher gering. Mag regional unterschiedlich sein, so ist es hier bei uns. Im Fall von Hochtaunuskreis sind gerade mal zwei Tiere, die nicht aggressiv sind, die nicht gelistet sind. In Bad Zoden sind sehr, sehr viele wunderschöne Tiere. Ein wunderschöner Australian Shepherd Mix, Hund Mex, der gegenüber Menschen total toll ist, aber mit anderen Hunden schlicht und ergreifend nicht klarkommt und wie aus dem Nichts lospöbelt. Und zwar richtig. Das ist ein Hund, der ist schwer vermittelbar. Der ist fünf Jahre alt und hatte fünf verschiedene Halter. Pro Jahr ein Halter. Und das ist, wenn diese Tiere aus dem Ausland kommen. Man weiß nicht, wo sie herkommen. Sind es Tiere aus der Ukraine, die aus dem Kriegsgebiet kommen, die schon schreckhaft werden, nur weil ein Linienflugzeug oben über einen drüber fliegt. Man weiß es nicht. Aber diese Tiere haben eine Chance verdient. Und wenn ihr in ein Tierheim geht und euch einen Hund anschaut und tatsächlich Interesse habt, einen Hund zu adoptieren, dann nehmt euch bitte die Zeit. Geht mit dem Hund so oft ihr könnt, Gassi, dass er sich an euch gewöhnt, dass ihr euch an diesen Hund gewöhnt, dass ihr euch gegenseitig kennenlernen könnt. Wir auf jeden Fall, wie schon erwähnt, geben Ralfi eine Chance. Wir wollen ihn zu uns holen, sobald es möglich ist. Ich habe bereits einen Hundetrainer kontaktiert, hier aus unserer näheren Umgebung, der auch ein Hundetherapeut ist. Weil ich der Meinung bin, hier reicht nicht einfach nur die normale Hundeschule, Sitzplatz aus, sondern wir brauchen hier tatsächlich Hilfe, diesen Hund wieder irgendwie in die Spur zu kriegen. Und der bisherige Kontakt war nicht negativ gestimmt. Ja, es wird ein langer, steiniger Weg. Aber ich glaube, dieser Weg wird sich lohnen. Denn wir wissen anhand dessen, was wir im Tierheim gesehen haben, wie Ralfi auf Bezugspersonen reagiert, wie die Tierpfleger. Wie zuckersüß und lieb und kuschelig dieser Hund sein kann. Und da kriegen wir ihn auf jeden Fall hin. Also, stay tuned, wenn euch Ralfi und seine Geschichte interessiert. Es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr.